Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen, Christian. Nach langer Zeit noch mal zu zweit, also so lange war es nicht, aber du hast ja Urlaub gemacht im Hohen Norden. Ja, Urlaub an der Ostsee. Welchen U-Booten versagt, du musst sehen. Nee, genau, wir waren ja bei Elak, hatten wir im Podcast gesagt. Genau, letzter Podcast mit Yannick zusammen. War gut, ne? Ach, war sehr schön. Ich finde, die sind immer so gut gelaunt da oben. Ja, 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 das stimmt. Also, die haben irgendwie einen geilen Drive bei Elak. Finde ich cool, ja. Ich war ja auch schon in dem neuen Firmengebäude an der Uni und das ist wirklich schick, ne? Ja. Also, muss man sagen, schon beeindruckend. Habst du ein Schlimmeres gesehen? Ja, richtig schön. Auch der Vorführraum, der war damals so, gerade so, ich sag mal, in der Vollendung gewesen. Und wie sieht er jetzt aus? Hat sich noch was, weißt du das? Ich weiß halt nicht, wie er vorher aussah. Ich finde halt nur, also das ist ja voll geil. Du kommst in diesen Raum, also in die Firma rein und ist sehr viel mit Glas gehalten, sehr offen. Wir hatten ein paar Bilder hochgelangt, glaube ich, auch beim Podcast letztes Mal. Vielleicht sieht man es da nochmal. Und ich hab von außen erst mal an einen Wohnwagen gedacht. Also, dieses riesige Ei, was da so in dem Raum ist. Dann sagten sie, ja lustig, nee, Wohnwagen nicht, sondern, also erstens, die Struktur der Hölzer da drauf ist wohl an den Jet angelehnt halt, wo wir steckten. Und die hatten noch irgendeine andere Assoziation, die hab ich aber vergessen. Ja, auf jeden Fall war das, war cool, der Raum hat sehr gut geklungen. Aber was da drin stand, das war sehr interessant. Die haben, jetzt hab ich aber die Marke vergessen, die haben diese aktiven Bassfallen da drin stehen. Aha, ja, okay. Also quasi so Anti-Mode-Subwoofer, die messen. Die Gegenmode erzeugen dann, ja. Genau, die messen automatisch die Peaks im Bassbereich irgendwie und kompensieren den, indem die eine Gegenspringung veranstalten im Raum. Und ich glaub, jetzt so ein Ding kostet irgendwie 2000 irgendwas Euro einer. Aber die sind wohl sehr, sehr wirksam. Ich hab da jetzt ein paar Mal von gehört, ich hab's noch nicht probiert. Das wollte ich mir mal anschauen. Das ist ja spannend. Ja, genau. Ja, siehste. Mir hat Spaß gemacht, genau. Und ja, letzte Woche war ja hoher Besuch hier. Ja, jawohl. Wolfgang Mielecki. Hammer. Spannend. Also wer das noch nicht gehört hat, fand ich mal wieder ein hervorragendes Interview. Ich mag das ja sowieso, wenn die Firmenvertreter dann hier sind. Das ist echt immer spannend, wenn die von ihrer Vita erzählen. Also wie die angefangen haben, in der meisten Sache irgendwie schon so Elektroingenieur oder sonst irgendwas, aber immer mit der Musse zur Musik. Und dann entwickelt sich sowas plötzlich. Völlig abgefahren. Also total abgefahren. Was ich aber auch spannend fand bei ihm, und das fand, beziehungsweise das klang ja auch so ähnlich bei Siegfried Amp drüber, dass du irgendwann sagst, du bist eigentlich nur noch für administrative Tätigkeiten in so einer großen Firma und kannst dich gar nicht mehr auf das fokussieren, was ja eigentlich Spaß macht und warum du den ganzen Gram überhaupt angefangen hast, nämlich entwickeln. Und das hat Siegfried Amp der auch gesagt. Er sagte, jetzt wo Konradin das Ganze so ein bisschen übernommen hat, konnte ich endlich nochmal einen Lautsprecher entwickeln. Ja, genau. Das musste mir Spaß machen. Ich konnte entwickeln. Genau. Und das war halt auch so der Grund, warum Wolfgang Bieletzki dann seine Firma letztlich auch verkauft hat, weil ihm das einfach so keinen Spaß mehr gemacht hat in der Funktion, in der er da gesessen hat. Aber du kommst natürlich zwangsläufig da rein, wenn das wächst und du hast Erfolg damit. Und ja, du musst ja dann noch Entscheidungen treffen und so. Aber das ist hochspannend, wirklich. Ich fand das auch toll. Wir waren ja vorhin noch Abendessen mit ihm und der Frau Demel, Geschäftsführerin auch von Stromtank. Und einfach dieses Gespräch, dass er der Mann war, der quasi dann auch vorne diesen Radiastrahler entwickelt hat zuerst, also die auf die Idee kam und dann einfach so die Geschichte fand ich sehr interessant. Ich habe auch gestern nochmal einen Stromtank angesteckt bei einem Kunden. Wir hatten gestern eine sehr interessante Vorführung mit einer MBL 101 hier direkt um die Ecke. Und da hatten wir dann gemeinerweise nochmal ein Quantum im Kofferraum. So was. Ich wollte nur sicherstellen, falls es dann wieder erwarten, doch nicht auf dem Niveau klingt wie bei uns im Studio. Dann habe ich gesagt, naja, könnte man ja mal gucken, was der Strom so macht. War alles erschreckend. Also wir haben 101 an einem E5000, der Kunde, also Akkufase E5000, kräftiger AB-Vollverstärker von Akkufase, ja, 240 Watt, 8 Ohm. Und dann haben wir die 101 hingestellt, die 802 D3, die aktuell da ist, dankenswerterweise auf den Rollen einfach nur mal in den Flur schieben. Zur Seite geschoben. Ging dann noch. 101 hoch geht ja auch noch wegen, ich meine, da fehlt ja ein Großteil des Gehäuses quasi, weil die ja... Wollte gerade sagen, also der Transport von der, ich habe ja die 802 dahingestellt, ist deutlich schlimmer als jetzt eine 101 dahin zu stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, die haben bestimmt 30 Kilometer mehr, die 802. Nee, schon unangenehm. Okay, also rausgeschoben und dann ersten Track angemacht, AC-DC, irgendein Album und dann war aber zum Glück Ballbreaker da von AC-DC. Wie wir ja beim Roland Gauder-Event gelernt haben, ist das ja von Rick Rubin produziert und das ist wirklich fucking... Das merkt man schon. Boogie Man, einmal ordentlich laut und da war eigentlich die Sache klar, okay, das funktioniert in dem Raum super gut, hat Spaß gemacht. Wir hatten noch ein anderes Kabel dabei, weil aktuell ist da ein Goldkabel, auch ein großes dran mit diesen Rhodium-Steckern, zwar auch als B-Amping, aber die Lacks, also die Enden, wo die vier Bananenstecker quasi am Ende aus dem Kabel rauskommen, die sind ein bisschen kurz und die 101, die hat ja die Terminals so weit auseinander. Ja, links und rechts weit auseinander. Ja, und da hilft AudioQuest deutlich, weil die haben so ein William Tell als Single-B-Wire-Kabel. Ja. Genau, und die Kabel sind einzeln geführt. Ja, von vorne bis hinten quasi, sehr, sehr cool. Da kommt es halt gut mit rein, ist aber zudem auch einfach ein wahnsinnig gut klingendes Kabel und das hatten wir dran und das hat echt Spaß gemacht. Wir haben nicht viel machen müssen im Raum, haben nur ein bisschen hin und her geschoben und dann war klar, das muss da stehen bleiben, das muss eine neue her. Wobei die Raumgeometrie, das ist ja eigentlich ganz spannend, das ist so ein Dachgeschoss, ausgebaut und du hast zwei Schrägen da drin mit einem relativ tiefen Stock, also Fußstock. Meint man irgendwie, aber als wir dann oben waren, war klar, wir haben uns das alles schlimmer vorgestellt. Also die Schräge ist da. Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, dass ich da war. Ich hatte es auch viel kleiner im Kopf, weil der Raum selber ist gar nicht so klein. Ich würde sagen, der ist vielleicht, ja schon, der ist so acht Meter lang oder vielleicht sogar ein bisschen länger und die vielleicht in der Breite ist immer viereinhalb Meter oder so. Also ist nicht so klein und da die, also ich hatte auch mehr Angst vor der Schräge, aber da stehen so viele kleine Regale, weil sehr viele so kleine Modellfiguren und so da drin sind in dem Raum, sieht sehr cool aus und die dienen halt schön als Diffusoren an den Wänden und das hat echt gut funktioniert. Aber das war der Grund, warum wir ja so skeptisch waren. Nö, das war top. Ich meine, die Schräge hat natürlich auch irgendwie den Vorteil, dass du sehr einfach die Anlage quasi hinter die Achse des Speaker kriegst. Also da ist ja so ein Kreativmöbel, ein Double Reference, Double drin. Das ist dann recht niedrig und dann ist das hinter den Speaker quasi sowieso. Das ist also ganz frei, liegt ein Teppich vor der Anlage und hinter dir auf dem Sessel, also so ein Sessel ist hinter dir halt auch ganz viel Luft, also da ist ja keine Wand. Ne, das war gut. Das war gut. Ja, schön. Bisschen Muskelkater im Morgen, aber es war gut. Aber so ist. So ist, ja. Bleiben wir bei MBL. Ja. Und zwar, gestern habe ich ein Video gedreht zu dem neuen Streamingfähigen Vorstufe C41 mit der C21 als Stereo-Endstufe. Verrückt. Ja. Die haben wir hier in einem wunderschönen White-Polynox, also Weiß-Chrom-Kombination. Finde ich ultraschick, muss ich sagen. Auf dem weißen Möbel. Auf dem weißen Möbel, also ist zwar viel weiß, aber es sieht auch sehr, sehr schick aus. Ja. Also sehr edel, muss ich sagen. Und das ist ja wie immer, wenn man sich jetzt mit so einem Produkt auseinandersetzen muss, weil man, oder intensiver auseinandersetzen muss, weil man ein Video dreht, lernt man natürlich auch direkt relativ viel dann darüber. Und ich muss sagen, ihr könnt euch freuen, das ist eine richtig, richtig geile Kombi. Ähm, der Vorverstärker liegt bei 8.790 Euro und 7.700 die Endstufe. Schnapper. Da ist es natürlich nicht, aber er spielt preislich deutlich über dem, was es kostet. Ja. Wenn man damit leben kann, dass er keine analogen Eingänge in der Vorstufe hat. Right. Das hat viel mit dem Aufbau des Gerätes zu tun. Ähm, das könnt ihr euch im Video anschauen. Ah, aber wo du gerade Vorstufe sagst. Ja. Total cool. Äh, wann war denn das hier? Letzte Woche Donnerstag oder was? Ne, genau. Da war hier Produktmanager Japan aus, äh, von Technics. Stimmt. Also Produktmanager aus Japan. Der Head-off, keine Ahnung, von Technics hier. Ja, ja, ja. Der hat Deutschland besucht und, äh, genau, da ist die Firma Technics, ähm, irgendwie auf uns gekommen, wie auch immer und dann sind die hier vorbeigekommen. War sehr lustig, ne? Ein sympathischer Kerl. Ja, 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 absolut. Genau, da haben wir nämlich auch noch ein bisschen über so mögliche Produkte gequatscht und so und deswegen komme ich noch drauf. Ähm, sehr sympathischer Typ. Und die haben, ähm, die haben uns auch ein paar Tisches sagen lassen. Ich hab heute schon eins an. Das gibt's ja nicht. Hast du die Strohboscheiben? Tatsächlich. Ha! Ich meine... War das nicht das für deine Frau? Ne, äh, ne, die XS hab ich mir angezogen, die passen nicht. Also witzigerweise, also die hatten ja fast, fast nur S-Sachen und dann konnte ich mir eher ohne schlechtes Gewissen einen ganzen Stapel mitnehmen, die passen ja einfach keinen Menschen hier. Herrlich, ey. Äh, oder nicht? Ne, ne, ich hab ja ein blaues in XS mitgenommen und ich hab mir die Regenjacke geschnappt, weil auch die war in S, äh, es hilft ja nichts. Ja. Janik hat gestern auch gesagt, er hätte gern eins. Ich sag ja, muss mal gucken, in M wird schon noch eins da sein. Ja. Äh, genau. Cooles T-Shirt, eh, vielen Dank nochmal, äh, an, an, an Technics. Äh, wir sehen uns dann, äh, wohl wieder auf der High-End in München. Genau. Oh, High-End in München. Da werden auch jede Menge neue Produkte von Technics vorgestellt. Ja, man munkelt. An der Zahl 3, ne? Man munkelt, ja. Aber sie wollten nicht rausrücken. Nein. Sie waren da sehr zurückhaltend. Ich hätte, äh, ich hätte ja, ähm, Gutmaßungen. Aber warten wir ab. Ich denke auch, äh, das Technics-Auto wird wohl kommen und, äh, ja, ja, ja. Technics-TV. Ne, gucken wir mal. Ähm, ähm, High-End ist aber ein schönes Thema, äh, äh, ich hab mich breitstellern lassen für den Samstag, äh, Podiumsdiskussion mit, äh, ich hab den Namen vergessen, dem Herrn Baske, glaube ich, ne, von der Zeitschrift. Genau. Ich weiß gerade nicht mehr welche. Und, ähm, Konradin Amft, T&A und noch ein Verräter, ich glaube von JBL, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Äh, genau. Irgendwie Samstag um 13 Uhr auf der High-End, keine Ahnung, Podiumsdiskussion. Ja, das war ein bisschen kurzfristig. War ein bisschen kurzfristig, äh. Sonst wäre ich gerne dabei gewesen. Aber da ist leider mein Zug schon unterwegs. Dein Zug war unterwegs, genau. Ich hätte mich sonst auch gedrückt, muss ich sagen. Fünf Kameras. An der Stelle, äh, schöne Grüße an die Familie Held, die war nämlich ja hier gerade. Ja, ja, genau. Und haben noch gesagt, sie wollten letzte Woche, äh, letztes Jahr, da irgendwie auch auf diese Diskussion. Ja. Letztes Jahr war ja Schirmherr quasi Alimiola. Ja. Dieses Jahr weiß ich gar nicht. Dann hätte ich allerdings umgebucht. So. Ich weiß nicht, ob der in dem Wirt, äh, also in der Diskussion saß, aber da war was. Und, ähm, ey, sie sagten zumindest, dann wollten sie irgendwie 20 Minuten vorher dahin und da war wohl irgendwie voll und da konnten sie nicht mehr rein. Ich habe keine Ahnung, wo das da stattfindet, aber wir werden es ja. Wir werden es sehen. Ihr werdet es erfahren da draußen, genau. Wenn ihr Lust habt, High End, äh, 13 Uhr, Samstag. Genau. Generell große Empfehlung für diese Messe. Ja, ja. Ja. Wer hier schon diesen Podcast hört, der ist auf jeden Fall die Zielgruppe für die High End in München. Wer, 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 wer sich den Quatsch gibt und so, die ganze Zeit so viel High-Fi hört, der ist da enthusiastisch genug, um da hinzufahren. Äh, von Clear Audio kamen lustige Sachen an. Äh, von Clear Audio kamen lustige Sachen an. Zwei neue Tonabnehmer. Also neuen Anführungszeichen. Einen, glaube ich, hast du dir direkt gekrallt. Leute. Stradivari. Das ist doch jetzt deine Entscheidung endgültig. Hast du ja ein bisschen schwer getan. Können wir jetzt den Kreis ziehen für alle, die den Podcast schon länger verfolgen? Ich war ja jetzt ein bisschen still, ähm, weil mein Benz-System zu Hause kaputt war. Und jetzt, äh, genau. Ja, jetzt thront gerade ein Stradivari da drauf und das wird auch bleiben. Ich muss den, ich muss bei Clear Audio noch anrufen, äh, und mich melden, dass ich gerne so eins hätte. Ja. Für mich, ähm, weil das andere war für den Laden. Und da, äh, genau. Ne, da habe ich, äh, große Freude dran gefunden. Wie der ja nicht gesagt hatte, war wirklich so. Das Tecatora Rua von Dünner Vector war schon top, ähm, bei mir zu Hause. Und das hier war, das ist eklig. Ganz eklig. Leute, hört euch das an. Äh, Titanium ist noch mitgekommen. Ja, die sind noch mitgekommen, genau. Das ist für mich jetzt so teuer, weil es, äh, sehr teuer ist. Aber knapp, äh, knapp 9000 Euro. 8900, ja, mh, genau. Aber ein Traum auf gutes System ist auch cool, ne? Die liegen ja beim Stradivari, ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei den Kleineren, legen die schon die, die Frequenzschriebe dabei. Und ich habe mal bei dem letzten Verkauf von Titanium, glaube ich, auch mal erwähnt, äh, das verglichen. Da Vinci, der Frequenzschrieb gegen das Titanium. Und du siehst schon, dass es auffallend noch mal glatter ist. Du kommst, äh, ein bisschen linearer. Bei meinem siehst du jetzt schon, also, ist ja nicht schlimm, ist halt ein System, ist Handmade und so. Aber bei meinem Schrieb sieht man, dass der eine Kanal, ähm, in Teilen halt ein bisschen lauter ist als der andere und so. Aber ich merke es schon und das wird halt bei den hochwertigen Systemen immer enger. Immer, okay. Das ist schon, äh, schon fundiert, aber machst du nichts. So ist es. Gekommen ist aus Dänemark, Klickmöbel. Klick, klick. Ja, Klick, klick. Die haben wir, haben wir ja vor einiger Zeit geordert und jetzt ist zumindest das große Möbel für unsere Ausstellung da. Ich glaube, für die Kunden, ähm, genauso. Ja, oder kommt noch, das andere für die Ausstellung muss noch kommen. Ah, okay, ja. Genau, ähm, ja, nee, auf jeden Fall, äh, genau, wir haben eins extra geholt, jetzt mal in Eiche, ne, weil wir ja nicht so viele, äh, Holzmöbel haben bisher. Ja, ja, ja. Und das Coolste ist im Prinzip ja weiterhin diese... Plattenschütte, ne? Ja, die ist wirklich schön. Also, Thomas hat das schon aufgebaut, äh, gut bestückt mit einem SUG X70 von Technics, obendrauf ein SL1500 von Technics in weiß. Schick. Dann hat er noch eine schöne, ähm, LED-Lampe, die gibt es bei Siebeking im Vertrieb. Ja, so eine beleuchtung. Das ist so eine, so eine, genau, klemmbare LED-Leuchte in verschiedenen Helligkeitsstufen, Farbtemperatur auswählbar, die hängt da drüber und beleuchtet jetzt die Plattenschütte. Das sieht richtig schick aus. Super wohnlich. Dann muss man Piäger Ice daneben stellen in weiß. Genau, genau, Piäger Ice daneben in weiß zum Beispiel. Und das ist eine richtig schöne Kombi, gefällt mir gut. Ja, Piäger Ice 50, schlanke Alu-Lautsprecher. Ähm, von Stax kam die E-Mail. Genau, SRM-D10-MK2. Für alle, die nicht wissen, was sich dahinter verrückt. So wie ich heute Morgen noch, also ich hab's auch vergessen. Da geht's werterweise, kommen mir immer die Newsletter passend zu unserem Podcast von den, von den entsprechenden Vertrieben, finde ich immer gut. Danke daran. Das ist der Nachfolger, deswegen auch MK2 vom D10, das ist der tragbare Phonofor-Verstärker, Kopfhörer-Verstärker für Stax-Kopfhörer. Das ist das Besondere, wir haben einen Elektrostaten, das heißt, da braucht man auch ein entsprechendes Speisegerät, damit wir auf die Spannung kommen. Und deswegen ist das nicht ganz so einfach, aber Stax hat auch da eine Möglichkeit geschaffen, den Kopfhörer mitzunehmen. Das ist die neueste Variante. Ich hab den noch nie, also es gibt ja ein Vorgänger, also der, oder MK2, ich hab den noch nie gehört. Aber hab ich schon morgen gedacht, sollte man vielleicht mal reinhören, ist eigentlich ganz witzig. Ist eigentlich eine Idee für die High-End, ne? Ah, siehste, guck. Ja. Siehste, guck. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, die Vertriebe schicken uns nicht explizit ein Newsletter wegen dieses Podcasts. Das war jetzt ein Joke. Ach so. Also nur um das nochmal zu sagen, also wir haben da, das ist in dem Sinne, jetzt hat doch wieder einer geschrieben, warum ist das kein Werbepodcast? Stimmt schon, klar, wir sind ja Händler, weiß ja jeder. Aber immerhin, wir kriegen kein Geld dafür. Also genau, das wollen wir nochmal unterstreichen. Ja, du nicht. Produktplatzierungen. Du kriegst ja Geld dafür, dass du mit mir sprichst. Herrlich. Also genau, das sind keine Produktplatzierungen, sondern wir überlegen in der Tat immer nur fünf Minuten vorher, was machen wir. Und es gibt ja immer so viel News und wir haben noch viel mehr Vorführungen gehabt, natürlich, als wir erwähnen können. Deswegen sind das nur so ein paar Pieces, die wir uns irgendwie rausklamüstern. Du hattest noch einen schönen Vergleich gemacht, ne? Ja. Erzähl mal was davon. Wollte ich erzählen. Genau. Ich war in Boos im Saarland. Ja. Da ist ein Lieberkunde von uns und der hat eine Bestückung von einem E800 bisher. Der hat, haben wir schon mal erwähnt, der hat den DP570 bekommen von Akkufase. Akkufase, also Vollverstärker, Class A von Akkufase, daran eben diesen S-ACD, den kleineren von Akkufase. Dazwischen schon AudioQuest-Kabel, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Das hat er auch nicht von uns, glaube ich. Dann hat er eine 803D4 von B&W. Sieht sehr schick aus, so nebeneinander. Und jetzt hat er bekommen seinen ersten Streamer und dann direkt richtig, muss man sagen. Dann direkt richtig, das stimmt, ja. Das fand ich so goldig. Er hat sich wirklich sehr schwer getan mit der Entscheidung. Sagt er auch, sagt er auch seine Frau, weil die hat er immer wieder damit, ja, vermeintlich würde man sagen, gequält. Ist das so mit der Entscheidungsfindung. Ich kann es nicht mehr hören, hat sie mich angerufen. Herr Spier, wir müssen das jetzt abschließen. Ich kann es nicht mehr hören. Herrlich. Und nee, und dann ist es geworden, ein Aurender N20. Also der, ja, breite. Du bist schon ein amtlicher Streamer. Geil. Streaming-Bridge. Ein reines Streaming-Bridge N20 mit dem OLED-Display vorne drin. Liegt also eins über dem N200. Die zählen ja wieder rückwärts. Super schickes Gerät, ja. Halb schickes Rückwärts. Sondern N30 ist wieder weiter oben. Ganz verrückt. Auf jeden Fall super tolles Gerät. Klingt hervorragend. Aktuell leider immer noch keine, obwohl es so angekündigt ist für März, kein Rune-Update da. Und haben wir noch drei Tage. Ja, genau, so wird die jetzt ja kommen über Ostern. Als Easter Egg. Das war herrlich. Nee, und ganz hervorragend. War echt cool. Aber das Spannende, was ich erzählen wollte, ist eigentlich, dass wir im Vorfeld über USB-Kabel gesprochen haben. Ja. Und dann habe ich halt, habe ich mit der Frau und dem Mann telefoniert. Und das war wirklich interessant, weil, ich meine, gut, die Entscheidungsfindung war schon so schwierig. Das Ding kostet ja 14.000 Euro knapp. Ist ein sehr, sehr teurer Streamer, sehr teurer Bridge. Vor allen Dingen, wenn man zum ersten Mal dahin geht, dann ist es ja sehr hoch eingestiegen einfach so. Gut, aber ist ja von der reinen Entscheidung natürlich richtig. Wenn ich ja schon eine hochwertige Quelle habe mit dem DB570. Und hört der Platte? Nee. Nee, okay. Also dann ist das ja seine Hauptquelle, CD oder SACD in dem Fall. Dann bringt es ja relativ wenig für 3.000, 4.000 Euro einen Streamer daneben zu setzen, der nicht ansatzweise an die Qualität, an die Ausgabequalität von dem DB570 sagt. Genau. Also so war die Idee von ihm auch. Ja. Also ist klar. Es ist aber auch immer, es ist halt schwer, gleich viel Geld. Und man muss das überlegen natürlich. Also wir kennen das ja, dass viele dann doch nochmal kaufen. Dann war es halt Quatsch. Wie auch immer. Aber der N20 ist wirklich, auch wenn das wieder schwer zu vermitteln ist, weil das ja eine reine Bridge ist und der eben zum Beispiel einen anderen Clock integriert hat als der N200. Aber dass man zwischen zwei Bridges so einen Unterschied hört. Wahnsinn, ja. Und da ist es wirklich so, da bin ich ganz fest von überzeugt, habe das oft genug gemacht, N20 gegen N200 ist ein großer Unterschied. So, dann hat er den also, haben wir telefoniert, wir drei quasi. Und dann habe ich gesagt, denkt dran, ihr braucht noch ein vernünftiges USB-Kabel. Und wenn ihr so eine tolle Bridge kauft, dann lasst uns ein richtiges USB-Kabel dran machen. Zum Beispiel das Juniata Alpha USB-Kabel. Das liegt dann aber bei 1800 Euro. Dann super teuer, weiß ich nicht. Nee, das machen wir immer nicht. Sag ich, okay, kein Problem. Ich bringe mal drei Audio Quest-Kabel mit. Dann habe ich das USB A auf B immer. Ich habe das Carbon dabei gehabt, das Coffee. Ich wollte das Diamond mitbringen. Das war aber noch nicht geliefert. Also war nicht geliefert. So schnell. Und das war hier gerade leer. Und dann hat er mich aber zwei, drei Tage vorher nochmal angerufen und gesagt, ob ich dieses Juniata doch mitbringen könnte. Sag ich, boah, ich habe das jetzt nicht, aber ich gucke mal. Und dann habe ich noch ein Modell bekommen. Bin da hingefahren. Und das fand ich so cool, weil die Skepsis ja völlig legitim ist bei einem USB-Kabel. Und wir haben das angeschlossene Gerät mit dem Carbon und alle waren happy. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hätte man einfach aufhören können. Da wären alle zufrieden gewesen. Aber weil wir halt vorher schon über das USB-Kabel gesprochen haben, haben wir es halt dann verglichen. Und dann sind wir vom Carbon auf das Coffee gegangen. Und das war indiskutabel. Auch seine Frau sitzt da und sagt zu mir, das ist ja verrückt, das hört man ja wirklich. DBS. Ich glaube schon, ne? Coffee hat DBS. Also DBS wäre diese aktive Schirmung, 72 Volt, auf die Schirmung gelegt. Aber woran auch immer es liegt, ist auch eine andere Materialzusammensetzung. Naja, auf jeden Fall klang es besser. Also erst mal klang es heller, sagte sie auch. Es wäre mir ja vielleicht jetzt zu hell. Sag ich, okay, wir gehen nochmal zurück. Wieder aufs Carbon zurückgegangen. Und dann, bei dem Schritt zurück ist so gemein, ne? Dann fällt alles zusammen quasi. Der Schritt zurück ist das, was dich dann rauskickt, ja. Ja, viel zweidimensionaler und eben doch weniger Details. Aber in Wirklichkeit gar nicht softer, sondern eigentlich... Mumpiger. Ja, und dann teilweise, wenn dann hohe Sachen da sind, sind die schon nerviger. Okay. Obwohl es in Summe strahlender ist, ist das andere schon ein bisschen aggressiver. Dann war natürlich gemeint, der Schritt vom Coffee direkt zum Schuniata. Aber es war halt derselbe Effekt. Und dann habe ich auch gesagt, ich sehe jetzt zum Beispiel ein, das müsst ihr ja entscheiden. Ich finde, gehört haben ja den alle den Unterschied. Sag ich, okay, ich finde jetzt keineswegs, dass der Schritt vom Carbon zum Coffee kleiner ist, als der Schritt vom Coffee zum Schuniata. Das nicht. Aber er ist halt hörbar. Der ist wahrscheinlich etwa gleich groß wie der Schritt vorher. Der kostet aber natürlich viel mehr Geld. Das ist ja wie immer, ne? Ja, das müsst ihr euch überlegen, wie ihr es machen wollt. Aber ich finde es mal toll, dass wir uns jetzt zusammengesetzt haben. Und obwohl so eine gewisse Skepsis und auch ein, ich will das jetzt nicht noch kaufen, dabei war, dass man es halt trotzdem in Ruhe erlebt hat. Und das geht ja dann nicht seriöser als in der eigenen Kette. Genau. Und die haben das Schuniata jetzt bestellt, ist auch schon da. Genau. Ja, cool. Also war ganz interessant, einfach nur wegen des Artikels USB-Kabel, wo man immer denkt, das ist genau wie Bridge. Man denkt, das ist Quatsch. Aber das ist komischerweise herbein. Ist so. Ja. Und es sind immer nur digitale Daten, die da von A nach B erwiesen. Und trotzdem hört man es an alle Skeptiker daraus. Ja, genau. Aber gerne probieren. Ja, ja. Einfach testen. Oder halt, wie gesagt, in dem Fall war es vielleicht klüger gewesen, es nicht zu testen und wäre man auch froh gewesen. Ja, ja. Und hätte weniger Geld getan. Ja, das ist ja das, was man nicht weiß und so weiter. Genau. Aber jetzt kommen wir vielleicht länger und entspannter Musiker. Genau. Dann Musik, wenn das eigentlich ein schönes Stichwort ist. Oder? Kommen wir zur Musik. Was hast du denn rausgesucht heute für einen Song? Ich habe eine geile Geschichte. Ich war am Wochenende feiern und da war über Zufälle die Carrie dabei, aus Pünderich auch, die aber ursprünglich aus Nashville kommt. Also nochmal für alle, Pünderich ist der Ort, der Nabel der Welt quasi, wo Peter an der Mittelmosel wohnt. So. Schönster Ort der Mittelmosel. Also zweitschönster Ort nach Enkwisch natürlich. Wo ich eigentlich herkomme. Aber Maps oder Errs eingeben und dann wirklich auf Zoom gehen. Auf Zoom, damit ihr ihn seht. Genau. Ja, ja. Ist also eine, man würde sagen, eine Perle. Also klein, aber schön. Und genau. Also so. Hart, ne? Heute ist hart. So. Wo war ich? Carrie. Wir waren nur für Waffayern, Kneipenfestival, Zelle an der Mose. Nicht viel größerer Ort. Dann hat sich eben herausgestellt, okay, sie kommt aus Nashville. Ich wusste, dass sie in Kanada ist. Tennessee ist das, oder? Ich glaube schon. Aber jetzt verurteilt mich nicht. Aber da kommen viele Mucker halt her. Und voll interessantes Gespräch. Und dann hat sich irgendwie, haben wir uns unterhalten, was wir so machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ihre Schwester Musikerin ist und der ihr Mann auch, auch Multi-Instrumentalist. Und dann hat sie mir einen Track geschickt. Ja. Und den wollte ich jetzt nennen. Und genau, ist bei Spotify, bei Cubis und so weiter, wie wir also finden. Ja, finde ich lustig. Genau. Natalie Brass heißt es. Und zwar, der Song heißt Short-Curred Style von The Future and the Past. Genau. Geht in die Show Notes. Klingt, ist poppig, aber ist gut aufgenommen. Ja. Schicker Track. Ich habe heute ein bisschen was Jazzigeres dabei und zwar Bill Frizzell und What the World Needs Now is Love. Schön. Ja. Leute, dann an der Stelle. Bis nächste Woche. Viel Spaß beim Fisch. Frohe Ostern. Ey, froh Ostern. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.